Willkommen zurück Leute zu Paper Mario Sticker Style. Im letzten Part haben wir die nimmerfeuchte Wüste abgeschlossen, nehme ich zumindest an. Könnte sein, dass es da einen Secret Exit gibt, den ich nicht gefunden habe. Ich weiß es nicht. Wir werden uns auf jeden Fall das nächste Level ansehen und zwar Yoshi's Wings. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich es so gut wie möglich zumindest so machen werde, dass ich jetzt ein Level pro Part spiele. Und ich bin mal gespannt, wie gut das klappt. Dann bedeutet das, es könnte ein Part halt 20 Minuten gehen, es könnte ein Part eine Stunde gehen, was weiß ich denn. Auf jeden Fall, ja, insofern ich nicht irgendwie stecken bleibe oder so, werde ich es halt versuchen, die Parts so zu regeln. Ich hoffe einfach mal, dass es klappt und damit hat es sich. Ja, das war die Info des Tages, die ich mal kurz loswerden wollte. Zack, 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 zack. Ja, Kohle haben wir momentan. Ja, blocken können wir immer noch nicht gut, aber wir sind auf dem Weg der Besserung, das ist mal sicher. Gut, wir brauchen was Vernünftiges. Ich brauche was Vernünftiges. Hallo, was Vernünftiges? Ich habe nichts Vernünftiges. Der hält so... Ach ne, ich habe den ja schon mal getroffen. Ah, dann hält der ja fast nichts mehr aus. Gut. Haben wir. Herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Ja, das ist schön. Pogo pushen oder hüpf pushen. Hüpf pushen, ey. Pushen. Pushen, ey. Ich habe, ich habe, ich habe pushen schon als Kind immer gehasst. Komm, wir gehen jetzt erstmal in die Röhre. Schauen wir mal, was da so los ist. Vielleicht ist das ja total relevant. Das sieht ziemlich relevant aus. Weil wir landen kurz vor Yoshi. Aber das kann eigentlich nicht sein. Wisst ihr? Also ich glaube zumindest nicht, dass das jetzt so wirklich gewollt ist, dass ich direkt zu Yoshi komme und, äh, ja, vielleicht aber auch doch. Ich weiß es nicht. Können wir es sehen. Immer diese Vermutungen. Immer diese Vermutungen. Ich will mich jetzt nicht mit euch rumärgern. Verdammt. Okay. Schauen wir uns das erstmal an. Wir müssen da wohl rein, so wie es aussieht. Aber, äh, wir schauen uns erstmal hier so ein bisschen um, weil man kann hier wohl das ein oder andere noch erfarmen. Und was ich da gesehen habe, das macht mich natürlich ziemlich froh. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Da war ein KP+. Und jetzt bin ich da reingeraten. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Okay. Dann gibt es direkt ein Mitnama. Wieder hoff. Bämst. Exzellent. Nicht schlecht. Damit habe ich nicht gerecht. Nein. Natürlich nicht. Aber es ist trotzdem passiert. Und von daher sind wir froh und glücklich. Und, äh, hier könnte man wieder eine Tür hin machen. Kann ich allerdings noch nicht, weil ich, äh, noch keine Tür ist. Das dicke Arme, ja. Deswegen denke ich auch mal, dass ich da oben jetzt auch nicht rankomme. Aber wer weiß. Vielleicht ist es ja... Naja. Man wird sehen, wo mich das da jetzt hinführt. Wow. Knochen trocken. Und Hammer, Brüder. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie wir den so down kriegen werden. Ich versuche es mal mit einem Hüpf pushen. Äh, okay. Das war schlecht. Oh, ein Knochen. Okay. Cool, cool, cool. Und, äh, die Angriffskraft wird erhöht. Oh, 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 oh. Macht nichts. Ich, äh, ich werde aber so einen Knochen trocken down kriegen. Hallo? Ich versuche es mit dem Hüpf pushen weiter. So. Hey. So, haben wir den Knochen trocken down. Und, ja, der Feigling, der haut natürlich ab, wie immer. Kein Problem. Boah, ganz schön kalt bei mir. Ja, ganz schön kalt bei mir. Ein Knochensticker. Ein Knochensticker. Wie cool ist das denn? Die sieht ja fast so aus, als wenn ich in Geheimen gegangen wäre, ne? Also. Oh, ich wollte gar nicht abziehen, ne? Ich wollte den erstmal in Ruhe auf den Kopf springen. Okay. Was machen wir denn jetzt? Sprengen wir den auf den Kopf, oder? Knallen wir den ein mit dem Hammer vor den Latz. Wir knallen den erstmal ein mit dem Hammer vor den Latz. Ein Super ist ja ganz okay. Okay, der kann es schon mal eh nicht verstärken, oder so. Schwachsinn. Oh, der hält aber noch, der hält aber noch massig aus. Der hält ja noch massig aus. Dann kriegt er jetzt einen reißen Sprung. Und du verschwindest jetzt, oder? Ne, du kannst nicht verschwinden. Dann besiegen wir dich. Bums, 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 bums. Und Platten. Cool. Passiert nicht häufig, dass wir alle Gegner hier so besiegen in der letzten Zeit, ne? Das ist einfach... Das ist einfach ein wahres Problem geworden. Okay, das hier ist einfach so eine Stelle, wo man ordentlich Stickers bekommen kann. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil, naja... Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir wenig Sticker haben, aber... Ich könnte, ich könnte mit mehr Stickern leben. Wow, okay. Man rechnet halt damit, dass der von oben wirft. Aber, ne? Ihr habt's ja gesehen. Kann uns trotzdem nicht das Wasser reichen. Ach, ist doch kein Problem. Und der Knochen trocken ist schon wieder da. Das macht aber auch Sinn. Oh, lass mich in Ruhe. Ich hab jetzt keinen Bock auf dich. Ach, nein. Ach, der hält so viel aus, Mann. Das ist das Blöde. Naja, ich... Ich darf's halt nur nicht verkacken, ne? Ich springe auch mal gerne plötzlich daneben, wenn's drauf ankommt und so. So, jetzt müssen wir endlich mal aus diesem Spezialraum raus. Also, da kann ich... Könnte ja nicht Stunden verbringen, ne? Geht ja jetzt auch nicht. Oh, ein Auerhammer, ey. Das ist... Ah... Was haben wir hier? Glitzer... Sprung... Oh, der kommt schon wieder. Da komm ich nicht rein. Ach. Das ist ein Glitzer... Ah... Hallo, ist dann hier. Hasten, meine Güte. Er will's ja unbedingt. Was soll ich denn tun, wenn er denn unbedingt will? Ist nicht auf meinen Mist gewachsen, Leute. Ich möchte diesen... Ich möchte ja gar nicht ständig gegen Knochen trocken kämpfen. Er lässt mich ja nicht in Ruhe. Ich bin hier das Opfer. Ja, so sieht's nämlich aus. Ein Opfer. Dieses Spiel ist ein Opfer von Knochen trocken. Der mich einfach nicht in Ruhe lassen will. Ja, das war jetzt sowas von umsonst. Und ich nehme mal an, das KP Plus da oben kriege ich nur, wenn ich so eine Tür... So einen Türsticker hätte. Den ich natürlich nicht habe. Und von daher... Ja, brauchen wir uns da um dich weiter kümmern. Gut. Ja, können wir da hinten... Könnten wir noch ein paar Sticker sammeln. Lässt er mich wohl so lange in Ruhe? Lässt er mich so lange in Ruhe? Wäre ja super schön. Wäre ja super schön. Lass mich in Ruhe. Lass mich nur in Ruhe. Lass mich nur in Ruhe. Lass mich nur in Ruhe. Ah. Okay. Dann hole ich mir den da hinten auch noch. Klar. Hör damit. Abgenutzter Sprungsticker. Also wir sind relativ gut ausgerüstet hier. Und können nun in die Swings und werden dort sehen, dass es Knochen trockens gibt. Ja. Den weichen wir im besten Falle aus. Hm. Das sieht mir... Verdächtig aus. Aber ich kann hier scheinbar nichts machen. Oder wie? Ich würde ja sagen, man kann... Man kann das ab... Äh... Ja, weiß ich auch nicht. Nee, kann man scheinbar nicht. Ja gut, dann kann man halt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, man zündet das hier an. Ja. Hätte ich jetzt gedacht, aber... Naja. Was soll's. Dann eben nicht. Mhm. Und hier haben wir... Okay. Das war jetzt Zufall. Ich wollte eigentlich erst das hier abknopfen. Aber ich dachte mir, meine Güte. Klopf mal. Ah. Das sieht jetzt wieder so aus, als hätte ich das gewusst. Das ist scheiße, weil ich wusste es nicht. Also wirklich nicht. Als ob. Oh. Oh. Wie hält der noch aus? Der hält noch schweinemäßig viel aus. Ja, natürlich. Habe ich nur abgenutzte Hämmer? Ich will mal ganz normalen Scheißhammer. Habe ich nicht? Doch. So, geht doch. Und... Ah, super. Super ist okay. Jetzt verpiesel dich. So, wir kriegen schon langsam Rückenschmerzen, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr auch Rückenschmerzen bekommt, aber ich bin auf jeden Fall rückenschmerztechnisch gerade gut dabei. Oh, hier sind voll viele Türen. Wir gehen mal erst mal oben lang, wollte ich gerade sagen. Und dann Shy Guy. Juhu. Dann kriegt der direkt einen drauf. Zack, 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 zack. So, gut. Vielleicht liegt da oben ja noch was Schönes oder so. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Ähm... Das sieht nicht so aus, ne. Okay, das habe ich jetzt, ja. Weil ich habe mir einfach gedacht, ähm... Anders kann ich da ja nicht drankommen, oder? Also, von daher... Oder komme ich von hier? Von hier komme ich, oder? Nö. Von hier komme ich nicht, aber... Äh... Nein! Jetzt bin ich wieder... Ach, was denn? Was kann denn der Knochen? Knochen trocken lassen, diesen Sticker gelegentlich fallen. Dieser ermöglicht es dir, Gegner mit einem Knochen zu bewerfen. Ja, los, komm, dann mach mal. Elf. Okay, elf ist natürlich... No, ordentliche Stärke für so ein Teil. Das ist so... Da kann man nichts gegen sagen. Da möchte ich ja fast noch mehr von diesen Knochen haben. Und boah, ich muss nach diesem Part definitiv mal die Heizung ordentlich aufdrehen. Ey, es ist hier richtig... Richtig, richtig rattig kalt, ey. Das ist ja unfassbar. Ich... Ich hole mir hier eine Erkältung. Ich schwöre es euch, also... Und da bin ich nun beim besten Willen eigentlich nicht so der Typ für. Also normalerweise... Gut im Jahr bin ich vielleicht einmal erkältet. Das mag vorkommen. Aber das ist wirklich... Wirklich nicht der Regelfall. Und... Ja, soweit wollen wir es auch nicht kommen lassen. Nein, 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 nein. So, wieder zurück. Oh man, ich glaube, das wird ein richtig, richtig langes Level. Aber wir werden sehen. Wahrscheinlich hat das auch noch irgendwie hiermit was zu tun. Und ich... Ich merke es nur nicht. Kann natürlich auch sein. Wäre blöd. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Okay, noch... Haben mich die Gegner hier noch nicht richtig gesehen oder so? Kann ich ja in Ruhe alles einsammeln. Ups. Los, zieh ab. Ah, weg. Ja. Oh, Energie. Ja. Bringt mir jetzt herzlich wenig. Herzlich wenig. Versteht ihr wegen den Herzen? Ah, was ein Gag. Oh mein Gott. Was ein Gag. Was ein Gag. Gut. Och, nö. Noch mehr. Ah, ich versuch's hiermit. Ich versuch's hiermit. Super. Ja. Und vielleicht sogar so gut, dass wir... Na. Na, der eine bleibt halt. Hilft nichts. Zack. Schade. Ich hätte die jetzt gerne alle auf dem Schlag besiegt, aber was... Was willst du machen? Hilft ja nichts. Schade. Schade, schade, schade. Es gibt auch wirklich keine... Keine Attacke, wo man wirklich also so drei Gegner auf dem Schlag mal eben wegfetzen könnte, oder? So richtig nicht. Und wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal unten lang, weil den Weg würde man nicht so gut sehen, finde ich. Der obere Weg ist offensichtlicher. Was ist denn da oben? Okay. Keine Ahnung. Oh, wir könnten jetzt schon zum Sticker oder was. Das testen wir mal kurz. Aber ich denke, das kann nun... Hallo? Das müsste doch gehen. Okay, nein, wir können da noch nicht hin. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier durch. Aber das ist die andere Tür, oder? Ja, macht Sinn. Macht Sinn, auf jeden Fall. Das macht schon Sinn. Ähm... Ähm... Hallo? Da stellte sich gerade die Kamera um. So, okay. Joa. Oh, wahrscheinlich papyrisieren, oder was? Das wird ja wohl nicht ganz ohne Grund sein. Hm. Ich wüsste jetzt immer nicht... Nee, ich hab jetzt gerade keine Ahnung, was ich da... Oh, wobei. Moment mal. Nee, ich kann auch nicht einfach so... Nee, ich muss einen Sticker nehmen. Ich hätte sonst gedacht, vielleicht kann ich das ja einfach da abziehen. Aber nö, kann ich nicht. Hm. Ja, ich wollte jetzt erstmal da drauf landen, hab ich so gedacht. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Scheiße, was muss ich denn jetzt hier machen? Was muss ich denn jetzt hier machen? Das ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Wer kann sie mir mal eben beantworten? Hier, jetzt auf die Schnelle. Hm. Niemand. Klasse. Ja. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich natürlich so ein bisschen verzweifle. Das ist ja einfach... Ich glaube immer noch, dass hier irgendwie... Das ist da ja auch ein Geheimgang. Wahrscheinlich nicht. Nee, das wäre auch Blödsinn. Also so schnell hintereinander zwei Geheimgänge, das wäre... Das wäre ja nichts. Oder doch? Keine Ahnung. Aber nein. Ist ziemlich eindeutig nicht so. Ja, ich muss hier lang. So wie es aussieht. Das hat auf jeden Fall was hier mit zu tun, aber... Versuchen wir mal hier zu papärisieren. Das fällt mir jetzt auch so nichts. Ich will mich eigentlich mit den Reihen hier anlegen. Das ist ja... Die verstecken was. Ah ja, nur ein Sticker. Toll. Aber... Also die sind doch jetzt hier nicht grundlos, oder? Ich versuche einfach mal den Glitzerhammer hier voll auszunutzen. Bäm. Ist okay. Das war nicht schlecht. Geile Mucke am Stab... Wow. Okay. Das habe ich nicht so wirklich bedacht. Und jetzt nochmal einen normalen Hammer hinterher. Exzellent rausgeholt. Yes. Nicht abhauen. Nicht ab... Nicht? Hallo? Steht der da jetzt noch alleine? Nö. Nö. Alle weg. Joa. Ich weiß aber immer noch nicht... Ich gucke mir das da gerade so ein bisschen an. Ich weiß nicht. Sollen wir das was sagen? Sollen wir bestimmt irgendwas sagen, aber ich... Ich kann leider nicht sagen, was es mir sagen möchte. Joa. Und aus diesem Grund, Leute... Bevor wir jetzt verzweifeln... Ich habe ja gesagt, ich werde ein bisschen rätseln, aber... Ganz ehrlich, ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich es gleich sehen und mir denken... Ach, war voll einfach. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber... Das hier kann man ausstellen. Ist das nicht der Wahnsinn? Und dann... Soll es hier... Eine geheime Tür geben. Wenn wir hier das Licht ausstellen. Ja, keine Ahnung. Ich finde diese geheime Tür gerade nicht. Die ist aber auch nicht relevant. Oder doch? Ist die relevant? Oder war das hier? Man sollte hier das Licht ausmachen und dann hätte man die Tür gesehen. Ach so. Okay. Gut. Ne. Dann waren wir schon richtig und so. Und alles war richtig. Aber da sollen mich Paratroopers angreifen. Und zwar die roten, die wir schon im letzten Level im Hintergrund gesehen haben. Die sollen mich hier angreifen, aber... Tja. Greift ihr mich bitte an, liebe Paratroopers? Wo auch immer ihr seid? Oder ich komme da hinten aus der Banane. Oder aus dieser Art Banane sollte ich wahrscheinlich rauskommen, oder? Oder? Paratroopers? Ich weiß nicht, ob ich es richtig begriffen habe. Aber ich lese mir übrigens einen englischen Walkthrough durch. Zu dem Spiel. Von daher, ja. Hm. Da steht, ich komme hier raus. Und dann kommen Paratroopers. Bring da mal hoch. Vorsichtig. So komme ich da nicht hoch. Und ich sehe auch keine Paratroopers. So, ich werde nochmal... Ich werde nochmal nachgucken, Leute. Ich habe einfach... Ich habe... Keine Ahnung, was ich hier nicht mache. Oder was ich hier übersehe. Weil wir gehen nochmal hier rein. Hier gab es ja auch Lichter. Aber... Ja, was soll das denn bringen? Das ändert ja nichts. Das ändert ja nichts. Nein. Wenn ich mal nach oben rauskomme. Aber das bringt ja auch nichts. Das ist ja... Da kann es ja nicht liegen, oder? Das wäre ja ein bisschen... Ein bisschen blödsinnig. Aber wer weiß, was man sich dabei gedacht hat. Hm. So, was siehst du nicht, Wollo? Was siehst du nicht? Irgendetwas übersiehst du. Das ist eindeutig. Du übersiehst etwas. Du musst da hinten hinkommen. Du musst wahrscheinlich da rauskommen. Und dann kommen die Paratroopers. Aber wo übersehe ich einen Weg? Ähm... Wir gucken nochmal kurz. Wir gucken echt jetzt nochmal kurz. Vielleicht ist ja hier wirklich... Ah. Ja. Ja, ja. Ich seh's schon. Alles klar. Blind, 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 blind. Und ich möchte jetzt mal sagen... Da hat mir ja eigentlich jetzt nicht mal die Komplettlösung beigeholfen, ne? Das war ich fast selber. Weil, ja. Den Weg hatte ich halt einfach übersehen. Solche Dinge passieren. Ja. Und dass wir die ganzen... Äh... Shygeist da unten besiegt haben. Das hilft uns jetzt. Weil sonst wäre dieser Kampf schwieriger. Ziel erfasst. Ziele erfasst. Yay. Das kommt geil. Ich wiederhole. Ziel erfasst. Panzer Kick 1 hat Sichtkontakt. Over. Panzer Kick 2 in Alarmbereitschaft. Ziel erscheint. Gepanzert. Over. Panzer Kick 3. Feuer frei. Den jagen wir hoch. Over. Feuer nach eigenen Messen. Over. Direkt hinter dir. Over. Direkt hinter dir. Over. Aber... Panzerattacke eröffnen. Yay. Noch geiler. Okay. Also... Man... Man... Man muss... Man muss wirklich sagen, dass das Spiel hat richtig coole Ideen. Und es war bestimmt ein Fehler, dass ich jetzt nicht einfach mal auf die Schnelle, ähm... Gleich mehrere Gegner auf... Einmal angegriffen habe. Ah... Ja, okay. Da block ich und block ich und block ich. Das mache ich jetzt auch erstmal. Ich... Ich will drehen. Ich will... Hallo, ich will... Ich möchte drehen. Ich möchte auch den Spezialgewinn haben. Yo! Sogar dreimal. Boah, bin ich gut. Ha! Und was machen wir denn dann? Boah, so viel. Was machen wir denn da? Da können wir ja einiges machen, also... Das ist ja mal genial. Wir benutzen. So, ich denke mal, der hält nicht mehr viel aus. Der hält nicht mehr viel aus. Aber wie viel hält der wohl aus? Das ist die Frage. Da reicht ein normaler Sprung. So. Dann nehmen wir noch einen Eisensprung mit. Und... Ja, komm. Nehmen wir noch irgendwas... Äh... Den Glitzer-Serien-Sprung. Der war eigentlich am Anfang schlauer gewesen. Nehme ich noch einen Glitzer-Sprung am Ende. So, dann wollen wir noch mal sehen, ob wir den nicht das ausmachen können. Weil das wird auf jeden Fall nicht reichen, der Eisensprung. Das haben wir ja schon gelernt. So, aber das... Okay, uh, der Glitzer-Sprung hier, der knallt ordentlich rein. Sogar mächtig. Zack, weggeblockt. Und jetzt geht's dir an den Kragen, Mann. Das war ja mal gar kein Problem. Da reicht sogar der abgenutzte Sprung. Um dich fertig... Oh, ich darf sogar zwei. Will ich aber gar nicht. Hallo, ich will nur den... Aber ich muss. Dann nehme ich den Pickhelm. Ist mir egal. Zack, 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 zack. Den wird er jetzt wohl nicht mehr einsetzen, oder? Nein, gut. Schön. Kampf verloren, over. Ja, das war ja... Das lief doch ganz gut. Plum. Okay, alles klar. Und so müssen wir dann halt den anderen Weg gehen. Okay, also man muss auch beide Wege gehen. Das alles andere wäre aber auch Blödsinn gewesen. Also, ich bin noch nicht davon ausgegangen, dass ich den Weg da gerade umsonst gegangen bin. Nur, ja, es... Also, das ist schon... Das war recht gut versteckt, finde ich. Also, da kann man jetzt... Kann man jetzt wieder sagen, was man möchte? Und zwar, du hast nicht richtig geguckt und so, klar. Also, man hätte... Man hätte... Man hätte es sehen können. Definitiv. Aber... Ja, so bin ich. Ich übersehe mal Sachen. Das ist... Wie gesagt, es ist blind. Hallöchen. Eine Tür, die da weiterführt. Wo bringst du mich denn hin? Da müssen wir doch mal schauen. Es stand jetzt auch nicht in der Komplettlösung. Deswegen... Also, ich habe auch nur bis dahin gelesen, wo es für mich wichtig war. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir dann schon im Voraus hier die... Die dicken, fetten Tipps hole oder so. Nein. So einer bin ich nicht. Ich lese nur das Nötigste. Ich will mich ja auch eigentlich gar nicht... Gar nicht groß spoilern lassen hier. Von daher. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich hier das KP plus 25 noch bekomme. Das wäre natürlich geil. Aber ich bezweifle das, oder? KP plus 25. KP plus 5 meine ich natürlich. Hallo? Ich bin doch jetzt nicht hier. Dann geht es da hinten weiter. Deswegen wurde mir auch hier der Gumba angezeigt, oder? Ja. Okay. Das wäre ja auch totaler Blödsinn gewesen hier für einen... Für einen Sticker diesen Weg hier noch zum... Ach so. Okay. Ach, hier ist bestimmt irgendwo ein... Ja. Ein geheimer Weg und hier geht es dann zu dem KP. Sei ehrlich. Das muss so. Nee. Da ist eine Truhe. Oh, da ist Carmack. Du meine Güte, Mario. Du hast es den ganzen Weg bis hier hoch zur Zungenspitze geschafft. Du beeindruckst mich. Nein, wirklich. Ich würde ja sagen, was mir gerade auf der Zunge liegt. Aber dafür bin ich viel zu sehr feine Dame. Behalt deine falschen Komplimente einfach für dich, du Bösewicht. Du bist doch garantiert hier, um irgendwas Mieses auszuhacken. Gib's doch zu. Du liebe Zeit, um etwas Mieses auszuhacken. Das klingt in meinen Ohren doch allzu schäbig. Außerdem von meiner Sicht aus, mein Schätzchen, seid ihr beide die Bösenwichte. Schließlich belästet ihr mich ja ohne Unterlass. Wie auch immer. Kersti war der Name. Du glitzerst vorzüglich, meine Liebe. Darf ich annehmen, dass du vom Sticker Stern bist? Ja, aber natürlich ist es so. Wie interessant. Ich würde es jedoch trotzdem sehr schätzen, wenn du und dein bemitleidenswert schwacher Freund wie Konfetti davon wehnen würdet. Was ein Kamekampf? Oh, welche Aussage will ich ja heute um einen Kampf auszutragen? Findet ihr nicht? Ich würde sagen, das erfordert ein bisschen extra Würze. Was meint ihr? Nein, was macht ihr da? Ey, all deine Sticker wurden in Latschen verwandelt. Hey, was hast du da gemacht? Oh, schau sich einer mal euer mächtiges Stickerarsenal an. Da bekommt mich ja Angst. Wie könnt ihr sich so einer mächtigen Auswahl an Alltagsfußbekleidung entgegenstellen? Ich befürchte, sogar dieses Mal könnte ich den Kürzeren ziehen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich mache jetzt trotzdem meinen Spezialgewinn an. In der Hoffnung... Ja, weiß ich auch nicht. Ja, komm. Dann machen wir mal hier die Latsche. Das hilft ja alles nichts. Okay. Okay, und die nächste Latsche? Boah, ach doch. Passt doch wohl. Ich habe auch noch Glitzerlatschen. Wollen wir mal eine Glitzerlatsche nehmen? Ja, wir nehmen jetzt mal eine Glitzerlatsche. Außer... Ach, Scheit. Wenn Kamek weit oben fliegt, erreichen die Latschen nicht. Uff, echt mal. Warum ausgerechnet Latschen? Mario, du... Das musst du jetzt einfach irgendwie durchstehen. Du schaffst es. Okay, er fliegt wieder unten. Kriegt er jetzt ein mit der Latsche. Bäms und bäms und bäms und bäms und bäms. Ja, Leute. Meine Stimme... Sie versagt ein wenig, aber... Scheiße. Jetzt habe ich das erste Mal die... Sache mit der Latsche so ein bisschen verhauen. Eingeschlafen. Für wie lange? Vier Runden? Nicht ernsthaft jetzt, oder? Was? Er mach hinne. Nein, immerhin gibt es immer so ein bisschen Energie. Das ist ganz gut. Ja, aber ansonsten können wir halt nichts machen. Das muss ich jetzt aussitzen. Er ist müde. Ja, komm. Jetzt wollen wir fertig werden hier. Ich möchte jetzt... Eigentlich bräuchte ich nur noch eine Latsche, um ihn zu besiegen. Und... Ja. Ich darf es halt nicht verhauen, ne? Das wäre wichtig. Gut. Das war es für Kamek. Zumindest erst mal. Ah, der große Mario kämpft so tapfer bis zum Ende. Von der Magie ungebrochen. So mutig. So außerordentlich beeindruckend. Natürlich bist das nicht wirklich du, nicht wahr? Nein. Ich weiß genau, dass deine kleine Freundin Kersti dich mit allen Arten von Stickern versorgt. Tje, tje. Es scheint mir, als wäre diese Angelegenheit unvermittelt interessant geworden. Für wahr, ich fiebere unserem nächsten Kräftemessen entgegen. Bis dahin. Adieu. Dieser üble Kerl. Bäh. Hey, schau mich an. Ich reite auf einen Besen und fand Sticker schon toll, bevor es trendy war. Pah. Der hat doch keine Ahnung von der Macht der Sticker. Und er ist ein schlechter Verlierer. So. Der Latschenzauber ist gebrochen. Gott sei Dank. Können wir jetzt endlich mal hier diese verfluchte Truhe öffnen. Mal gespannt, was da jetzt... Wofür habe ich das getan? Was ist das denn? Erhalten. Tafelstück. Tafelstück. Okay. Das ist jetzt auch cool. Oh. Da gibt es da jetzt eine geile Metafel oder so. Hier drin. Ah, jetzt sind wir hier oben an dieser Stelle. Ich meine, das hatten wir mal gesehen oder ich... Ja, ich hatte es gesehen. Ich hatte mich gewundert. So, jetzt wollen wir aber unbedingt... Ah, hier raus. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen, ja. Hast du ja so gedacht, ne? Du kommst hier nie mehr raus. Es gehört nicht auf. Es hört nicht auf. Du wirst noch weinen. Zack, zack, zack. Komm, fertig werden jetzt hier. Ja, Leute. Ich möchte den Part jetzt langsam mal beenden. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Ich habe die Stoppuhr irgendwann ausgemacht, weil ich mir dachte, meine Güte, der geht sowieso ein Stündchen. Also ein Stündchen ist natürlich jetzt übertrieben, aber ich denke mal, wir sind hier... Wir gehen, glaube ich, wahrscheinlich ganz gut auf die halbe Stunde zu. Aber wir sind endlich im Ziel. Ja. So, wie viel Knete gibt es dafür? Das müssen Unmengen sein. Unmengen, ja, okay. Schon sagen. Okay. Geldtechnisch sieht es ja jetzt auch mittlerweile gut aus. Ich habe ja auch noch immer, immer noch eine Menge, eine Menge Sticker und so. Das sieht alles, das ist ordentlich, Speichervorgang, ja. Gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns an die Treibsandruinen wagen. Bis dann und ciao.